Hallo, hier bin ich wieder, euer Second Impact mit 7 Days to Die, der Alpha 18 III mit meinem neuen Seed Cozy Place. Und ja, die letzten zwei Folgen haben schon gesagt, leider hat es ein paar kleine Probleme gegeben mit meinem Internet, deswegen Disconnect. Das heißt, kann sein, dass die vorige Folge ein klein wenig ungleichmäßig sein wird, aber ja, ist oder so. Hallo, Chainmolgarterat? Hallo, hallo, sind wir gegrüßt? Wie geht es dir? Das ist immer schön zu hören, dass es gut geht. Ich habe es heute auch aus dem Seis geschafft, dass ich vormittag streamen kann. Leider nur mehr für circa 20 Minuten. Denn dann muss ich kochen gehen. Ich habe heute Urlaub. Und dann macht auch das noch so direkt aus. Normalerweise bin ich eher ein Abendstreamer. Ab zwischen 20 und 22 Uhr. Dass ich so früh da bin, ist eher eine Ausnahme. Mir würde es natürlich gefallen, wenn ich öfters so früh streamen könnte. Erst ist, wie so früh. Ich würde es ja schon sehen, wie viele Leute kommen. Dann kann ich aber auch mal wieder. Ich habe mich dann schon in meinem�wass. Ich habe mir das noch nicht überprüft. Ich finde das noch nicht überprüft. Wenn ich jetzt kann, wie viele Leute vor den Aufruf fit sein können. einen YouTube-Channel auf. Das ist praktisch mit dem nützlichen Verbinden. So groß ist die Pleceni. Schaufel und dazu brauche ich kleine Steine. Als erwartet. Jo, haben wir hier irgendwo eine Abbahn könnte? Nein, oder wie? Machen wir jetzt nicht sprach. Ich weiß, dass die Berge wohl auch schon will Steine, aber das sind heute leider keine Steine. Tun wir so alles ab. Dann sehe ich die Abbahn. Tatsächlich nirgends was war. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Das ist auch eine ganze Zeit. Also wenn ich die Spielzeugen aber auch sage, ob ich da die Steine ausziehen bin, ist die Steine ausziehen. Aber das ist auch nicht viel. Da findet jetzt wohl ein Stein. Die auch als Stein deklariert ist oder? Geht ganz laut weinen. Jo, guck mal. Das war nicht so geplant. Test. Ey, klar, da ist ein gutes Haus. So. Steinchen. Ich hoffe, dass ich welche rauskriege von da. Schaut aus. Oh, da sind Steine drin. Super. Ich hänge. Oh Gott. Das wird nicht zu brutal spinntes Spiel. Tut mir weh. Ich habe keine schlechte. Ich habe die Pio. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe die Pio. Ich habe die Pio. Ergo! Laufen wir einfach! Erst in 8 kommt einmal näher, d.h. nach dieser Quest werden wir dann etwas suchen, damit ich in 8 überstehe. Graben, da graben wir weiter. Da hat jetzt natürlich erst die Klinge. Und macht auch nix. So. Der Start mit 2 Stunden Tagen ist schon sehr angenehm. Nicht ganz erhitzen, Unterschlupf zu finden. Man kann ein bisschen was gleich am ersten Tag vorweg machen. Was natürlich auch den Zuschauern zugutekommt, wenn man nicht gleich direkt stressig sich Unterschlupf suchen muss. Da ist er. Steh bleiben, danke. Kaffee. Weglaufen! Alles klar, dass wir nicht gut wie es gibt. Alle, andere. Die anderen. Da sind immer 3. Warum wir gleich von unten auf? Arme haben wir schon. Das ist ja eine Schönheit. Aber ich habe ein paar Glockenzege-san 얘기 gemacht. Ah, ist es so. Ich muss das Glockenzeichen bringen. So, ja, ich bin gegen die Zwei-Siege-san. So, ich muss ganz kurz Pause drücken. Da kann ich Stream nicht fortsetzen, weil mein Internet schon wieder weg ist. Aus irgendeinem Grund. Spinnt die Seite total? Na, im Prinzip geht's. Keine Ahnung, wieso der Stream weg ist. Egal. Ich könnte die Folge einfach auch so fertig machen, wenn ich's überlebe. Okay, super. Gut. Das ist retour. Ich mach ja Gott sei Dank eh nicht mehr. Eh schon. Das letzte Stückchen, was ich für heute mache. Reg... Nein. Ich kann mich nicht holen und freue mich natürlich. Zehn, zwölf Minuten wird die Folge auf jeden Fall noch dauern. Gut. Ich kann mich schon langsam mitnehmen, was ich so finde. Pflastersteine, Zement und so weiter und so fort. Denn... Die Base baut sich ja nicht von alleine. Da schaut der Wernstein, den könnt ihr auch abbauen. Kann einen da noch da abbauen, das ist jetzt nicht so das Problem. So. Ah. Da bin ich wieder. Trim hat sich wieder aufgebaut. Ich hab keine Ahnung, was das da heute ist. Das ist ein Internet, das sich ständig aufhängt, irgendwie an der Leitung herum, so wie es ausschaut. Ich kann es leider nicht sagen, was genau das Problem ist. Ich hoffe, die kriegen das in den Griff. Nichtsdestotrotz... Ich lauwe noch. Da werden wir die Vitamine nehmen. Jetzt haben wir schon 2000. Inventar haben wir da Rehe. Keine noch Reparaturkits. Danke für nichts. Und jetzt dann, wenn wir anfangen, da drüben wir nur für die Nacht, dass ich kurzfristig ein bisschen Schutz habe. Da kurz einmal... Ein bisschen was machen. Dazu brauche ich Holz. Wenn du mit Woodframes das schnell... Ich kann es nicht mehr machen. Wer riecht... Mit dem versteht wie die Nacht. Vielleicht dann noch... Steine abbauen. Da muss ich sogar Steinhaufen nehmen. So... okay, den mach ich mit. Da bringt schon ein bisschen was. was kaputt mir leider unfähig war meine reparatur kids was ich gefunden hatte auch wirklich mitzunehmen leider gerade das problem dass mir alles kaputt wird schon langsam ist mein ziel hier um das höhe zum richten ein bisserl das schönste sind natürlich ein bisschen heute wenn da so ein schräger drin ist interessiert es mich auch nicht aber ich bin sogar mal in Sicherheit dass ich die Nacht leicht leicht durchhalten kann so jetzt machen wir mal Frames aber wenn ich es gehen die englischen Obkürzungen dann noch 20 recht ist na ne da ist die Couch noch vielleicht natürlich nicht für die Couch müssen wir da der Rüerlich mit einplanen das ganze jetzt dann so jetzt dann so los jetzt kann ich draufstehen auch nicht sehr sehr komisch muss ich sagen da kann ich nicht naja dann haben wir das weg gekriegt auch der kann jetzt das auf die kann ich kann drauf lenken das ausschaut dann haben wir den weg naja da war noch keiner den habe ich nicht gesehen deshalb was ist denn das für ein pfusch du hast du ja jetzt bitte meine behausung in ruhe lassen ich habe auch nicht umgefragt in deinem seine geht das vielleicht nicht ganz richtig ich will jump and run spin Das ist ja auch wie die Distanz Ness. Ich bin nicht mehr drin. Ich hätte noch gar nichts können. Außer mir Schutz bieten. Für ein paar Nächte. Das einzige was ich gerne hätte. Ich bin nicht mehr drin. 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 Was ist das, was ich für mich verletzeiere? Ich habe das, was ich für mich verletzeiere. Ich bin doch nicht der, der sagt. Du bist nicht der schön. Ich kann ja direkt ins Bag was ich habe, als erstes. Ich bin durstig, ich weiß. Ich muss das aushalten. Durst. Alles wunderbar. So. So, dann können wir schon die erste Nacht quasi. Relativ gut verbringen. Wo wir da auf den Schlafsack hergerichtet. Könnte da was reinlegen. Gut, jetzt aber. So, dann können wir das mit Leder herausbauen. Einiges könnte ich daraus bauen. Wenn ich noch andere Sachen dabei hätte. Und ein bisschen mehr. Dann könnten wir Leder-Puncher machen. Der war natürlich super leibend. Weil wir den Storage-Pocket drauf machen lassen. Aber wie gesagt, für mich war es das jetzt einmal. Diese Folge. Die Folge ist vorbei. Wird etwas kürzer wie sonst. Macht aber auch nichts. So. Die 30 Minuten peinlich bei jeder Folge an. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bye bye. Bye bye. second impact.